Wir alle erleben es jeden Tag. Wir sind in einer Komplexitätsfalle. Im Prinzip sieht man es bei jedem Gebäude, das gebaut wird, bei jeder Windkraftanlage, bei jedem Mobilfunkmasten, der erstellt werden soll. Prozesse dauern ewig und das führt oft zu Frust. Wir haben den Klimawandel zu bewältigen. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben eine neue Konkurrenz wirtschaftlicher Art, aus Asien vor allem, die verbunden ist auch mit einem Systemwettbewerb. Wir haben eine polarisierte Gesellschaft in Deutschland und in ganz Europa, also ganz große Herausforderungen, denen Politik, Wirtschaft und Verwaltung sich gemeinsam stellen müssen und an die wir ran müssen. Wir brauchen ganz viele Menschen, die an ihrer Stelle modernisieren wollen. Die werden aber belastet durch eine Menge von Vorschriften, vor allem erstmal von Gesetzen. Wir haben 14.000 einzelne Gesetzesvorschriften, allein beim Thema Energie, das ist noch nicht mal Klimawandel. Das ist so komplex geworden, dass da kaum jemand vollständig durchblickt. Wir arbeiten seit 200 Jahren in der deutschen Verwaltung sequenziell nacheinander. Jeder macht seinen Bereich. Die erste Frage, die eine Behörde stellt, bin ich zuständig oder bin ich nicht zuständig? Bin ich nicht zuständig, mache ich die Akte zu, egal ob ich einen Beitrag leisten kann oder nicht. Bin ich aber zuständig, bin ich selbstverständlich nicht für den Gesamterfolg zuständig, sondern ich bin für irgendein Teilergebnis vollständig. Der Staat, die Verwaltung, Politik müssen sich selbst ändern, damit wir all die großen Herausforderungen bewältigen können. Deswegen sagen wir, wir müssen uns bei uns selber anfangen. Und wir haben, Neustadt gibt es jetzt zwei Jahre, angefangen bei der Registermodernisierung. Sie kennen das, 220 Register in Bund, Länder und Kommunen, alle verteilt, keines kann miteinander sprechen, nichts ist interoperabel, nichts ist standardisiert. Es gibt, wenn wir offene Standards haben, wenn wir Interoperabilität haben, die Möglichkeit, dass Software auch in verschiedenen Systemen zum Einsatz kommt. Dafür braucht es bildlich, einfach gesprochen, den App Store für die Verwaltung. Der wird jetzt geschaffen. Im März wurde der GavTech Campus hier in Berlin gegründet. Es ist eine gemeinsame Einheit von Bund und Ländern. Sowas gab es noch nie im föderalen System, gemeinsam die Themen anzugehen. Und der vernetzt sich dann auch mit den vielen Startups, mit den vielen Unternehmen, die Lösungen schaffen und stellt diesen App Store zur Verfügung. Ein wichtiger Punkt dabei ist natürlich sind Open Source Lösungen. Wir wollen digital souveräner werden. Deshalb wird jetzt das Zentrum für digitale Souveränität beschaffen und in meinen Augen auch ein echter Meilenstein für mehr digitale Souveränität und Interoperabilität quer über alle Bereiche hinweg und vor allem eben im föderalen System. Und ein kleiner Teil dessen, was wir uns vorstellen, wenn wir über neue Gesetzgebung nachdenken, denn natürlich geht das weit über den Digital-Check oder Digital-TÜV hinaus. Es muss noch eine ganze Menge mehr kommen, dass wir wirklich die Herausforderungen, die Nadine am Anfang genannt hat, dass wir die auch wirklich bewältigen können. Aus dieser Komplexitätsfalle müssen wir rauskommen. Deswegen ist neue Gesetzgebung steht links oben, ist als ein ganz wichtiger Meilstein. Wir haben in dem Buch sehr detailliert beschrieben, wie eigentlich Gesetzgebung praktisch abläuft und warum das nicht so bleiben kann. Und da müssen wir eindeutig weitergehen. Zweitens, wir wollen ein lernender Staat sein. Das heißt, wir wollen Erfolgskontrolle, KPI. Auch da müsste mal eine systematische, auch wie lerne ich eigentlich von einer Kommune zur nächsten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Darüber gibt es auch keine richtigen Datenerhebungen. Dann kommt ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir müssen die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen völlig neu aufbauen. Wir haben hunderte von Gremien, die es alle in Gesetzen und Grundgesetz nicht gibt. Das berühmteste Beispiel ist die Ministerpräsidentenkonferenz. Die gibt es rechtlich überhaupt nicht. Mit der Folge, dass alles einstimmig entschieden werden muss. Die tagen und dann tagen sie ein halbes Jahr lang wieder nicht. Und dann tagen sie weiter. Dann kann man sich ja vorstellen, das hat mit Agilität und so gar nichts zu tun. Und auch dieses Einstimmigkeitsprinzip, das da drin liegt. Wir haben keine Entscheidungsgremie, also muss alles einstimmig erfolgen, muss weg. Und dasselbe Thema betrifft das Thema technische Standards. Das ist unser letzter Punkt. Das Thema technische Standards ist entscheidend. Sie kennen alle das Internet. Es hat technische Standards, aber es ist keineswegs einheitlich und es ist keineswegs zentral. Das haben wir für die öffentliche Verwaltung gar nicht. Wir haben uns noch nicht mal darauf geeinigt, wie wir Vornamen abspeichern. Das ist in jedem System anders geregelt. So gibt es keine gemeinsame Architektur. Das geht nicht nur um Schnittstellen, sondern es geht darum, dass Systeme sich von alleine miteinander verstehen, so wie wir das aus dem Internet kennen. Das brauchen wir dringend für die Verwaltung. Und haben wir leider nicht. Wir würden Sie gerne dazu einladen. Unterstützen Sie uns. Gehen Sie auf die Neustart.jetzt-Seite, finden Sie weitere Informationen. Denn ich glaube, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diesen Staat auf allen Ebenen und damit auch parteiübergreifend voranzubringen. ... ... ... ... Vielen Dank.